Hallo und willkommen zu einer neuen Folge Blue Alpine Kryptoanalysen. In der heutigen Folge schauen wir uns ganz kurz den generellen Markt an, inklusive des Bitcoin-Preises. Wir schauen uns einen Streit zwischen Steam und Justin Sands Tron an. Kurz ein exklusives Interview mit Iota, das Cointelegraph gemacht hat. Das ist ziemlich spannend. Frankreich wird Bitcoin als Geld einstufen. Und dann noch eine verwirrte Warnung an BitMEX-User in Großbritannien. Springen wir gleich in diese, ich sag mal in den Markt. Also wir sehen hier, Bitcoin ist nach unten geschlettert auf die 7,7 ganz kurz. Und auch nicht nur Bitcoin, sondern auch die US-Ölpreise sind extrem gesunken. Und viele Leute fragen sich jetzt, was ist da passiert am Wochenende, wann die Märkte ja zu. Ihr wisst ja natürlich, Bitcoin läuft ja 24,7. Auch andere Rohstoffe können über das Wochenende laufen. Die Aktienmärkte werden das wahrscheinlich auch wieder reflektieren, sobald es um 9 Uhr losgeht. Fakt ist jetzt aber, oder ich vermute, relativ viele Leute haben, also neben dem komplett globalen geopolitischen Streit, der zumindest beim Erdöl sicher vorangeht, kann ich mir sehr gut vorstellen, dass zum Beispiel bei Bitcoin sehr viele Leute Bitcoin verkauft haben, um unter anderem auch ihren Handel am Aktienmarkt zu decken. Das heißt, eine Theorie, die es hier gibt, unter anderem übrigens auch beim normalen Gold, nicht jetzt beim digitalen Gold, wie wir Bitcoin ab und zu nennen, gibt es die Theorie, dass die Leute um ihre sogenannten Margin Calls, also wenn man am Rande der Liquidation ist bei einer Position, muss man Geld wieder einschießen, um der Bank oder der Börse die Versicherung zu geben, dass man effektiv das Geld hat. Jetzt sieht es so aus, als wären das wirklich viele Leute, die effektiv ihre Positionen auflösen, um eben am Aktienmarkt entsprechend wieder decken zu können. Das ist jetzt eine Theorie, ob die natürlich stimmt oder nicht, werden wir in den nächsten Wochen natürlich noch sehen, falls sich das Ganze noch weiter ändert, aber ich glaube, jetzt werden wir sicher nochmal seitwärts vielleicht ein bisschen nach unten gehen und auch die Aktienmärkte, die werden sich jetzt für den Moment zumindest noch nicht beruhigen. Also sei vorsichtig, nicht nur im Alltag mit der Gesundheit, sondern eben auch mit den Preisen an den Börsen und auch den Kryptopreisen. Wir springen, wir bleiben gleich ein bisschen bei Drama und zwar geht es um die Diskussion zwischen Steam und Tron. Tron hat ja vor etwa zwei oder drei Wochen Steam offiziell übernommen, das heißt, Justin Sun hat angekündigt, dass Steam, die Community inklusive die Tokens übernommen werden. Das hat dann natürlich ein bisschen für Unbehagen ausgelöst, weil die Leute effektiv sich ein unabhängiges Steam gewünscht haben. Das Drama ging dann so weit, dass Steam beziehungsweise Justin Sun diese Witnesses, also die quasi die Teile, die dafür oder die Instanzen, die dafür zuständig sind, die Kryptotransaktionen zu validieren, übernommen hat. Das heißt, die waren dann in der Hand von Tron, was ja natürlich auch normal oder zu erwarten war von einem Projekt, das hauptsächlich jetzt von den Gründern getrieben war. Die Community hat dann diese Witnesses wieder zurück übernommen, indem man eben Huobi, Binance und Poloniex effektiv dazu bewogen hat, wieder die eigenen Witnesses einzusetzen. Das heißt, es ist jetzt so ein bisschen ein digitaler Krieg zwischen Justin Sun und namentlich Tron und der Steam-Community, die ihre Witnesses eben wieder zurückhaben wollen, hauptsächlich, weil man ihnen eben gesagt hat, dass die Steam-Token eben eingefroren werden und effektiv nicht mehr benutzt werden können, zumindest im Alltag. Die Steam-Tokens können weiterhin benutzt werden, allerdings nur für Community-Zwecke. Das war so ein bisschen, so wie es Justin Sun der Community verkauft hat. Ich kann verstehen, dass die Leute da frustriert sind, aber wir werden jetzt sehen, wie sich das Ganze weiterentwickeln wird. Da hat sich auch der Binance-Gründer entsprechend mal eingeschaltet und die Diskussion um den Code herum effektiv hinterfragt. Bei IOTA sieht es so aus, als wären die Leute, und das sind etwa 46 Leute, beziehungsweise 50 Wallets, die von dem Diebstahl betroffen waren, ihre Gelder zurückerhalten werden. Und zwar der IOTA-Gründer David Sonstebo wird sehr wahrscheinlich aus eigenem Geld diese Gelder zurückzahlen. Das sind etwa 2 Millionen US-Dollar. Er wird diese Gelder den Leuten, die effektiv Geld verloren haben, zurückzahlen, aus eigener Kasse. Coin Telegraph hat da ein kurzes Interview mit ihm gemacht. Es ist noch spannend, wie er das Ganze, vor allem seine Herangehensweise an den Kryptomarkt, er sagt zum Beispiel, ich habe IOTA nicht gestartet, um reich zu werden. Wenn ich das gewollt hätte, dann hätte ich das schon lange in den letzten zwei Jahren gemacht. Sondern es geht mir darum, dass ich etwas Dezentrales, Autonomes, eine Zukunft aufbauen kann mit IOTA. Und deshalb hat er sich dazu entschlossen, eben dieses Geld entsprechend zurückzuzahlen. Falls ihr also davon betroffen seid, ihr werdet sicher kontaktiert, beziehungsweise seid wahrscheinlich schon im Kontakt mit IOTA, beziehungsweise der Stiftung. Es geht also weiter. Auf jeden Fall kriegen die Leute ihr Geld zurück. Frankreich hat entschieden, dass Bitcoin wie Geld einzustufen ist. Eine ziemlich spannende, ein spannender Entscheid, vor allem, weil in anderen Ländern, auch in anderen EU-Ländern, dieses Gesetz noch nicht komplett durchgekommen ist. Bitcoin wird zum Teil, ich sage mal, wie ein Vermögensasset, also ein Vermögenswert gehandelt, in anderen Ländern eben wie als Währung. Und jetzt sieht es so aus, als wäre Bitcoin auch in Frankreich wie Geld einzustufen. Das wird natürlich gewisse steuerliche Implikationen haben für die Leute, die jetzt in Frankreich wohnen oder in Frankreich sind. Das heißt, auf der Steuerklärung einfach entsprechend ein bisschen aufpassen, falls es da etwas anzugeben gibt. Wie sich das, ich sage mal, europaweit noch weiterentwickeln wird, ich kann mir sehr gut vorstellen, dass die anderen europäischen Länder auch Bitcoin wie Geld einstufen werden. In der Schweiz ist es ja so, dass wie eine Art Fremdwährung eingestuft wird. Das heißt, es wird wie, als hätte man jetzt Euro oder japanische Yen auf dem Konto oder eben im Tresor gelagert. Das heißt, ich kann mir vorstellen, dass da wirklich europaweit ein gleiches Gesetz oder eine gleiche Einstufung durchkommen wird. Das wird das Ganze wahrscheinlich auch bezüglich den Gesetzen in Europa entsprechend einfach machen. Und dann noch ein interessanter Verweis von der Finanzaufsicht von England, und zwar die Financial Conduct Authority, die FCA. Das ist so etwas wie hierzulande die FINMA oder in Deutschland das Bafin. Die hat eine Warnung ausgegeben, und zwar für BitMEX. Für BitMEX kann ich es verstehen. Für BitMEX ging es darum, dass sie gesagt haben, dass wahrscheinlich BitMEX keine Genehmigung hat, aber Finanzdienstleistungen und Produkte anbieten, die in Großbritannien eben eine Genehmigung bräuchten. Das macht insofern Sinn, weil BitMEX eigentlich so ziemlich nirgends eine Genehmigung hat, aber in ihrem Statement sagen sie jetzt, sie wären bemüht dazu, zumindest mit der FCA mal zu sprechen. Aber was dann extrem spannend war, unten hatte dann auch der CEO von Kraken, Jesse Powell, geschrieben, dass eine ähnliche Warnung für Kraken rausgekommen ist. Und Kraken hat definitiv eine Genehmigung. Die haben sich auch korrekt angemeldet bei der FCA, als sie eben den Schritt nach Europa gemacht haben, beziehungsweise die eine Börse übernommen haben. Das heißt, auch für Kragennutzer kam dann diese Warnung heraus, aber es stellt sich heraus, dass das wahrscheinlich einfach ein Fehler war. Bei BitMEX, wie immer, ihr kennt meine Meinung zu BitMEX, seid einfach vorsichtig, weil BitMEX wirklich nirgends reguliert ist. Wenn die Gelder verschwinden, dann effektiv sind sie dann einfach weg. Das heißt, ihr müsst wissen, wo ihr bleibt mit dem Geld. Ich würde jetzt nicht zu viel Geld auf BitMEX behalten. Bei Kraken habt ihr da wahrscheinlich ein bisschen mehr Möglichkeiten, einfach reingesetzlich. Das war's von der heutigen Folge am Montag. Ich wünsche euch einen guten Wochenstart. Wir sehen uns morgen wieder. Macht's gut und bis dann.